hallo und herzbekommen zurück bei der modi bärmann und heute gibt es eine neue folge starcraft 2 mit mir den modi bären gegen einen zerk ja zerk fiese race ganz fiese race aber versuchen so besser zu geben das war viel zu früh naja das spiel damit schon durch ich weiß es nicht sind die drohne bei mir nicht ankommt dann schlag ich auf jeden fall so wir nehmen auf jeden Fall eine Echse und ich habe mir jetzt den zerkleif zu nicht verleitet direkt auf linke zu gehen tut er trotzdem die Echse spielen kurzen sonden cut machen werden auf jeden Fall ein Bersi bauen und wieder anwerfen und er wird kein ne Echse nehmen außer will ich bei mir in der ne Echse nehmen hat er genau keine länge doppelgast wird keine länge die roaches trotzdem waren wie sind die dinge denn schildbatterien hat er nur eine dritte eine dritte ist wichtig zu wissen doppelgas da könnten auch banning und so scheiß kommen wir müssen reingucken ob er schon banning das hat ja truppen unbedingt irgendwas gecancelt ich habe so einen Mineralienmangel wo werden wir gebraucht die 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 Ah, Roaches. Ich muss gleich ein schöner Eulinkommen. Da ist er. Was mach ich mit denen denn? Ach, die sind all-in, sieh mal. Ja, hat er gewonnen. Ich hasse das. Ja, krieg ich nicht mehr kaputt. Ja, ja, gg. Ach, Mann, ey. Mann, ey. Ich hab's noch gesehen, ey. Ich hab extra einen abgestellt. Schließen wir gleich noch eins hinten dran. Okay, wir haben wahrscheinlich nur noch die drei Spieler. Ein ziemlich schlechter mittlerweile. Ach, fünf Niederlagen schon in dieser Season, ey. Oh, es ist traurig. Schon echt traurig. Na, egal. Wir versuchen unser Bestes zu geben und machen einfach weiter. Ich hoffe jetzt. Jetzt der nächste Gegner wird ein bisschen einfacher. Hier, weil jetzt komme ich ein bisschen hin. Ich komme nicht ein bisschen besser klar gegen den. Aber ich spiele mal wieder gegen den Zerg. Okay, das nächste Mal merken, Doppelgas wird irgendwie mit Roaches und Neurozolin. Fraktur, die hab ich noch nicht gespielt. Ist neu. Ist ne Ice Map. Oh, es kommt jetzt hier. Fetter Hubschrauber. Und, ja, was ist los? Na? Jetzt ach. So, bleiben ruhig. Und versuchen, diesmal den Zweck richtig fertig zu machen. Ach, die Website pfeift Geräusch. Hört ihr das auch? Müsst ihr mal in den Kommentaren schreiben. Wenn ja, es ist ganz schön nervig. Ihr habt nicht gelüten Mineralien. Keine Echse. Also, ist es nicht gut. Uh. Ne, ne. War noch nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Schönen Pool. Kein Gas. Noch kein Pool. Ne, der muss unten bleiben. Ne, nur eine durchpassen. So, wir gucken nochmal, wo er auch irgendwas anderes noch baut. So, wir bauen das Twilight-Council. Viele Linge, nicht gut. Kriegen wir natürlich auch nicht dicht, die Scheiße. Das ist natürlich wieder richtig schön. So, jetzt müssen wir Womblinge bauen, um reinzukommen. So, wir nehmen das mit und bauen uns einen Dark Shrine. So, jetzt kommt die Robo. Oh, ich hab's natürlich fertig gebaut. Ah, das wollte ich gar nicht. Wir sind eins. Ah, shit. Was ist euer Beginner? Das wollte ich gar nicht. Also, wenn wir es jetzt verlieren, nichts daran sehen wir. Echt nicht gut mit in dem Spiel. Naja, produzieren wir halt noch ein paar damit. Was ist euer Kotz? Nur kurz. Einmal noch. Jetzt hätten eigentlich die TTTs schon links kommen müssen. So, und wir produzieren ohne Ende Immortals. Ich komme aus dich. Ich soll mich. Ich komme aus. Wo war's hier? So, mal gucken, ob... Ach, hat er noch nicht. Ich bin hier in die Schaden. Ich bin wirklich ein Schaden. Erneut dienen. Ich werde noch nicht hin. hydifix. Grais nachenteufigido. �� über eine Dritte nehmen jetzt, ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Ach, die kommen nicht raus, sind sie mich veräbbeln, ey. Oh, ich ging nicht Immortals produzieren, eigentlich. Ihr habt nicht geliebend Mineralien. Ihr habt nicht geliebend Mineralien. Ihr habt nicht geliebend Mineralien. Ich bin hier. Mineralien fällt erschöpft. Ich bin hier. Wir sind eins mit den Schatten. Ihr habt nicht geliebend Mineralien. Mein Leben für Arjur. Mineralien fällt erschöpft. Mein Leben für Arjur. Was ist das? Ach, man sieht halt auf dem Weißen auch nichts von meinem Zeug, ey. GG! Huh! Gut, der Bild war nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Pui, haben wir fertig gemacht. Jetzt sind wir kurz vor Dia 2. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Mutti BR. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti BR und StarCraft 2. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti BR. Tschü tschü tschü. Ich bin da, ich bin da求. Dann gibt's.